Willkommen zurück zu Halo 4 und weiter geht's. Ja, so hier ist jetzt nichts weiter. Stehen zwar Kisten, aber... Okay, Alter. Ah, salutier's. Ja, mein Freund, ich bin's. Und ihr bleibt hier stehen? Haltet Wache oder was? Ja, ich würde sagen, Sniper erstmal. Boah, was ist das denn? Boah. Papa Foxtrot 766 an Spartan Parma sind endlich in der Luft. Das ist ja mal geil. Ich will das Ding fahren. Kann ich? Darf ich? Darf ich? Ich muss ja da hoch. Boah, was ist das für ein Riesenfahrzeug? Moment, was war hier? Hier war doch grad ne Waffe. Ähm, ne richtige Sniper lieber nehmen? Aber die hat so wenig Schuss. Na, ich behalte mal lieber die. Die hat ein bisschen mehr. So. Oder? Vielleicht muss ich die auch nehmen. Moment, Moment, Moment. Ich nehm die mal. Ja. Und? Jetpack? Jetpack? Wo meinst du denn? Ähm, da hinten. Das heißt, ich kann, äh, wie war da noch mal fliegen? Sie haben grünes Licht. So, könnte ich jetzt mal, ähm... Der fährt jetzt. Boah, alles brummt hier. Ich will mal gucken, muss ich das hier alleine steuern? Ah ja. So. Alter, ist das ein Riesenfahrzeug. Und hier die Kanone hier hinten. Was? Oh, ach so, das ist ein Unser. Ich hab schon gedacht. Geil, geil, geil. Komm, hier mit schweren Geschütze, ey. Na? Das schwindet da oben. Ich schieße, was ich habe. Oh. Ich seh die gar nicht. Ah, ich schieße mal auf das Ding da. Kann ja nicht schaden. Ich glaube, ich treffe den gar nicht, wa? So, lass mich mal runter hier. Wo sind denn hier jetzt, äh... Da. Da. Den hätte ich. Alter. Muss ich jetzt hier runter von dem Schiff, oder was? Kann ich denn nicht hier... Ich gehe mal an dem Ding. Könnt ihr mal da drüben, auf der anderen Seite? So. Äh, der meint mich, ne? Ja, er meint mich. Oh, schießt die mal nieder. Ei, 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 ei. Was willst du denn? Muss ich hier macker machen. So, ich muss da hinten hin. Ähm. Hier. So, und jetzt? Gehen Sie auf die Phantoms, dann schießt die Railgun sie ab. Kein Sichtkontakt auf das Ziel. Ich hab aber drauf ge... Kein Sichtkontakt auf das Ziel. Ja, ja, ich muss halten. Ziel erfasst. Okay, jetzt hab das. Okay. Ey, was ist mit meinem Schiff passiert? Ach nee, das ist ja gar nicht. Hier. Ey, blöde. So. Partikelkanone? Welche Partikel? Ach so, er zeigt. Äh. Ah, da hinten. Okay. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Wo muss ich da hin? Äh, hier sterbe ich. Da ist irgendwie... Giftwasser. Äh, muss ich hier hin? Okay. Ich bin unterwegs. So. Yay. Voll in the face. Oh, da ist er ja. Wieder. Ähm. Muss ich draußen bleiben jetzt? Ja. Ja, das hab ich jetzt auch gemerkt. Und darf also nicht ins Wasser. Ins Wasser steigen. Okay, dann machen wir das schnell nochmal. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. So. Wir holen sie hier raus. So, einmal hier. So. Gehen sie auf die Phantoms, dann schießt die Railgun sie ab. Ja, ja. Äh, hör doch mal auf, um mich zu schießen. Hm? Raygun, Leitner. Hm? 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. das Pfeil aufnehmen Auf die Phantoms, ich will erst mal warte mal Nein, 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 nicht nicht da, nein, nicht nicht da runterfallen Nein, 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 nein Alter Lasst mich, das gibt's doch gar nicht Haben die mich hier voll in die Ecke gedrängt Ah, jetzt mach ich jetzt Ey, das hat aber beim ersten Mal ordentlich geklappt Ist ja Wahnsinn So Der erstmal Und der Wo ist die Sau? Der ist doch hier, ne? Ah Ach, wisst ihr was? Leute Ich werde jetzt einfach Den erstmal put machen Und er wartet ja hier schon Ich weiß Ich darf nicht in den Wasser steigen So Wunderbar So In dem Wasser jetzt Da komm ich ja so nicht rüber Dann müsste der mich nochmal reinlassen Ja, mach das mal Ja, mach das mal Äh Den hier nehmen Ey, ich komm gar nicht mal raus Hä? Jetzt muss ich mich auch noch beeilen? Ne, die machen die Tür zu Kommen wir da gar nicht raus So So, dann geh ich natürlich hoch Geh ich hier hoch Geh ich hier hoch Und werde Geht er nicht kaputt? Also Also So Euch Euch werde ich helfen Ein Kraftfeld Es blockiert das andere Ende der Schlucht Drei Energiequellen geortet Schalten Sie sie ab Damit der Memmes durch kann Wieso? Ich kann noch so drauf schießen Mann Wahrscheinlich wieder ein Schalter Warte mal Warte mal Vielleicht kann ich ja Ja, warte Ne, geht nicht Ach man Ja, ich muss Scheiße Könnt ihr mal vorfahren Warte mal Das war blöde Blöde bedacht Ah, Mist Ah, was mach ich denn heute? Ich mach nur Fehler Ich wollte In der Blase wollte ich das Äh, ne? Naja Naja Okay Dann nochmal Oh, gib mir ein bisschen Deckung So wollte ich das machen So Das kriegen wir schon hin Keine Panik Ich hab jetzt die letzte Die letzte Kannst du die mal hier? Ach, leck mich doch Weg hier Ich kann doch rennen. Wieso renne ich nicht? Ich habe aber keine Granate mehr. Naja, vielleicht kann ich die auch anderweitig. Hoffentlich überfährt er mich nicht. Mammoth, der Weg ist frei. Mammoth hält Position. Weil auch immer sie bereit sind, Chief. Hoch, schnell weg rein. Ja, ich komme. Mach die Luke auf. Ich habe doch ein Jetpack bei mir. So, alles klar, ich gehe hier ran. Uiuiuiui, aber es macht richtig Spaß. Oh, da ist ja schon wieder so ein Auge. Okay, dann muss ich wahrscheinlich... Lass mal los. Und hause weg. Prima. Oh, da kommt wieder so ein Ding. Moment, kann ich den... Kann ich den vielleicht... Ich kann den gar nicht an... Wieso? Ist mein Ding alle? Moment. Der Mammoth wird auf offenem Feld nicht lange durchhalten. Wir müssen ihn die Allianz vom Leib halten. Man, der muss doch mal Schaden nehmen. Komm. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Richtige ist, was ich hier... Ob ich das so machen soll. Ja. Die spinnen da wohl. Warte mal, diese Kanone hier, die kann man aber nicht so, ne? Wieso habe ich denn dieses andere Ding nicht mehr? Ja, die ist auch leer. Der ist schon tot. Okay, er macht auch. Warum kann ich denn nicht von dem anderen Teil... Ich habe mir gedacht, das haben sie jetzt abgeschossen. Okay. Gibt's nicht. Ähm. Ich habe meine Pipi-Waffen. Lass mich mal hier ran. Der Schiff geht über der Hochebene nieder. Es gibt einen Graflift in den Rauf des Schiffs. Mit ein bisschen Timing könnten wir damit an Bord gelangen. Ich will nur den noch ausschalten. So. Ja, komm mal. Geh du mal ran. Ich glaube, ich muss... Oh, und ich habe kaum noch Munition. So. Warte mal. Kann einer von euch mir... Ähm... Nee? Kannst du mir eine Waffe geben? Na gut. Dann müssen wir halt mit der hier. Vier Schuss. Prima. Prima. Ich mache das jetzt hier mit... Muss da irgendwo eine Waffe rumliegen. Gib mir deine Waffe. So. Besser wie gar nichts. Boah. Ich bin an Bord. Staffel. Okay. Die Wer. So. Was soll ich denn jetzt hier machen? Hier oben. Das war's. Vielleicht nicht aus dem Staub zu machen. Ja, äh... So. Haha. Und? Explodiert es jetzt? Oh, ich komme hier nicht hoch. Shitpack alle. Oh ja. Es ist vernichtet. Ja. Ich brauche neue... Ich brauche auf jeden Fall neue Waffen. So. Ich muss mal hier runter. Ein zu hohes Risiko. Ich schicke ein paar Teams zur Ablenkung raus, damit sie den Gravitationstrichter erreichen. Verstanden, Sir. Ausrücken, Gypsy. So. Ja. 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 Ach, das Geschütz ist auch weg. Okay. Okay, Leute. Das Gelände um die Nebenflüsse ist zu unwegsam. Angriffstrupp. Zurück zum Mammoth. Jeder, der nicht an Bord ist, wird zurückgelassen. Oh. Okay, macht ihn dicht. Hier ist ja wieder... Sie sind denen egal. Die haben sie ersetzt. Stimmt. Aha. Wie? Wie kann das okay sein? Wie kann es okay sein, wenn ich sie in Gefahr bringe, weil ich mich nicht zusammenreiße? Reiß dich zusammen, Katana. Chief, verstehen Sie überhaupt, was der Wahnsinn wirklich bedeutet? Wir schalten uns nicht einfach ab. Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen. Wir denken uns buchstäblich zu Tode. Das ist schlimm, ja. Du weißt, dass ich das nicht zulasse. Und falls es trotzdem passiert... Werde ich es nicht zulassen. So, Leute. Dann mache ich hier mal einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Halo 4. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Der weitere Weg ist komplett blockiert. Das war es erstmal für den Memeth. Ja. Der Befehl stand der Partikelkanon ist am Ende des Grabens. Okay. Allein bin ich schneller. Wir sehen uns dann auf der Infinity Commander. Okay, jetzt haben wir dann noch mitgekriegt, was wir als nächstes machen müssen. Munition. So. Ja, dann sage ich mal an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Halo 4, habe ich zwar schon mal gesagt. Aber, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.